So, hallo und herzlich willkommen zurück! Man hört draußen schon wieder Geschiessereie! Junge, Junge, Junge. Schauen wir doch gleich mal in den Kontakten nach. Wir sehen nix, es ist keiner bei uns in der Nähe. Oma Snork, neue Informationen bekommen. So, jetzt wollen wir natürlich die Dokumente X18 finden. Keine Ahnung, warum die so außerhalb der Map hier sind. Bei mich glaubt kaum, dass das Gebiet da so weit hinten ist. Wenn wir jetzt da reingehen. Egal. Ähm, ja. Also wir stehen jetzt hier vor dem Eingang. Und... Boah, schnell mal reingepfiffen hier. Man sieht doch auch, die Zigarette kostet ein bisschen Leben. Egal. Zurück zum Eigentlichen. Rüber gewechselt. So. Zum Schrotgewehr. Und damit wollen wir jetzt auch. Nun. In Labor X18 hinein. So, jetzt wollen wir das Ganze nochmal hier in der Stimmung ein bisschen anpassen. Das soll ja auch ein bisschen unheimlich werden. So, machen wir das Licht hier gleich mal ein bisschen dunkler. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Hier kann es noch mal ein bisschen sich. Vers péniemmanin. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Zum Schots ver ㅂ. Tölle. Los geht's. Wird's auch schon Boah, jetzt muss er natürlich erstmal auch hier wieder wieder gut finden und 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 Ah! So, den hätten wir uns ja auch schon mal erwischt. Aufpassen, unten ist es auch, es ist ja radioaktiv, deswegen... Schnell rein, schnell wieder raus, wenn ihr dieses Artefakt holen wollt. Klar, hier sind Informationen vorweg. Ja, und auch hier gibt es wieder ein bisschen was zu finden. Ja, da ist nichts weiter. Seht schon, wir haben hier gerade wieder ein paar Gewehre eingesammelt. Keine Spuren hinterlassen, hier war nie jemand gewesen. Und auch hier war es dann wieder. Ja, egal. Hier haben wir nämlich den einen bis anderen Anzug, den können wir ruhig fallen lassen, hier nur den Granatwerfer. Von daher können wir die Waffe eigentlich auch ruhig fallen lassen. Für die härtlichen Waffen haben wir noch genug Munition. So, jetzt hier rein, also. Sauber rein und rauf flüssen. So, jetzt hier sind wir sicher. So, jetzt können wir reinmarschieren. So, jetzt können wir reinmarschieren. So, jetzt müssen wir mal ganz in die Frage. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob man den erledigen kann hier. Wir wollen jetzt noch einfach so schnell. Jetzt sind wir die Beية. Abonniert das. So, jetzt müssen wir die Beية. So, jetzt müssen wir mit 2 Spuren. Also, hier sind sie mit 2 Spuren. Ich werde mit 2 Spuren. So, jetzt müssen wir mit 2 Spuren. So, jetzt ist das eine Be 한데. So, jetzt wollen wir das immer mehr mehr. So, jetzt können wir gleich, sind wir da. So, ich bin, wo wir das gemacht haben. So, jetzt wird das schnell zu Ende, So, jetzt hab ich natürlich wieder nicht mitgelesen. Und auch hier war wieder Reaktion gefragt. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Tmm, 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 Tmm. Die Splitter, die schlagen aber auch überall durch, da. Oh, nö. So, schauen wir mal erstmal voran hier. Den haben wir auf jeden Fall schon mal in einem Buch erwischt. Bei dem habe ich bisher noch nie was im Einsammeln gefunden, egal bei welchem Mod auch. So, hier ist wahrscheinlich... Uh. Da gibt es auch wohl ein paar so nützliche Sachen. Und hier ist ein anderer Bohrer. Oh, nö. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, gehts erst nach unten weiter So, das war jetzt einfach eben gerade nur mal zur Demonstration, wie stark diese Waffe ist und ihr seht mit der ist wirklich nie zu spaßen also natürlich auch genau im gegenzug wenn der gegner diese waffe hat ist ja bescheiden und hier haben wir dann natürlich auch wieder wie typisch den raketenwerber an dem wir aber auch genauso vor dem eingang labor x18 natürlich auch schon antreffen und zwar fast Die aber wie man schon sieht weniger genauigkeit hat, dafür aber auch nur ein klitzeklein wenig Damage mehr. Aber letztendlich verhalte ich die Waffe, mit der habe ich mich jetzt sehr gut eingeschossen. Und die bricht jetzt auch weiterhin erstmal in meinen Slot. Das ist eigentlich auch schon so eine Waffe, wo man sagen kann, damit kann man eigentlich auch schon gut das ganze Spiel fassen. Weil sie macht immer gut mit. Sie hat eine gute Genauigkeit. Schaden, klar ist jetzt zwar nicht so der Beste, aber man kommt auf jeden Fall mit der sehr gut weit. Letztendlich ist es natürlich jedem beliebigen Teil, welche Waffe er am liebsten nimmt. Das ist natürlich ganz klar. So, mal wieder habe ich mich gemerkt, was jetzt eigentlich in den Zahlen jetzt eigentlich war. So, ähm 9524. Wie frage ich mich? Waaah Minister Eich was zum Aussync. Waaah. Wo ist der Beste der Beste für wirklich sicher? So, und schon werden wir wieder ohnmächtig. Ja. Ja, und jetzt meine lieben Leute, keine Panik kriegen. Also bei mir ist das irgendwie interessanterweise normal. Ich weiß nicht wie es bei den anderen ist. Und das Spiel ist jetzt komplett wie abgehakt. Aber ihr seht, ihr könnt trotzdem ein Menü rein. Jetzt solltet ihr natürlich ein bisschen Vertrauen haben in diesem Spiel. Einfach in vielleicht jetzt hier speichern. Und wir gehen jetzt einfach auf laden und drücken wieder auf vielleicht. Und jetzt laden wir einfach quasi von der Stelle wo er geträumt hat jetzt nochmal. Und sehen gleich, dass das Spiel gleich wieder laufen tut. Und dann geht's gut weiter. Oh, ich kann halt nicht mehr. Und dann gehen wir nochmal hin. Gruppe 3. 4. 4. 2. 3. 3. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 5. Ein paar Granaten zum einsammeln. Natürlich auch wieder ein bisschen Munition hier. Und ein paar Millikets. Im letzten Schrank ist nichts. Na gut. So, wir sehen schon mit Wegenausschmerzen sehr, sehr viel. Die Munition, die können wir auch mal wieder rausschmeißen hier. Sonst gibt es, soweit ich weiß, hier erstmal nichts weiter. Wenn wir diese Welte hier schon sehen, das sieht natürlich alles wirklich sehr, sehr interessant hier auch aus. Hm. Zombie-Hände gibt es hier auch zum Einsammeln. Oh, ich verbiss mich immer eben schnell wieder. BAM! 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 Aha! BAM! So, und dann hätten wir uns auch somit um die gekümmert und das finde ich auch total genial, auf einmal plötzlich ist hier eine Box wo man was einsammeln kann, äh, woher kommt die? So, das war es dann auch schon wieder. Und damit haben wir auch alles geschafft, alles wieder eingesammelt, alles mitgenommen was geht und damit wollen wir jetzt wieder zurück an die Oberfläche, endlich mal wieder Tageslicht sehen oder beziehungsweise Nachtlicht, wie ich das meistens kenne. Wenn ich da rauskomme, ist es meistens wieder nachts. Und es liegt mal wieder ein klein wenig. Und bevor ich mich jetzt wieder zurückkänfe, direkt zum Hauptlager quasi, also zu Sidorovich runter, verabschiede ich mich erstmal hiermit. Und so, wie gesagt, verabschiede ich mich damit jetzt erstmal bis zur nächsten Folge. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen und... Und...